Sekunde, jetzt bin ich wieder da. Ähm, war lag hier noch irgendwas? Jawohl, Munition. Ach ja, richtig. Moment, die wollte ich nur mal kurz ausprobieren, die MP. Auf ins Getümmel! So, Medley-Gel ist offensichtlich voll. Oh. Na super, jetzt können die sich auch noch unsichtbar machen, oder was? Wow. Okay, bringt das was? Muss ich hier durchkämpfen? Ich versuch's mal hier hinten rum. Wo? Oh, das ist ein Prime. Ach du Scheiße, Moment. Ich brauch Deckung. Und ich brauche das hier. Und ich brauche schweres Gerät. Jawohl, der Prime ist down. Alter Schwede, der war nicht ohne. So, ich nehm noch mal die hier. Ja, ich glaub mit der Pistole kann ich aber doch besser auf die... Die Dinger schießen. Ja, hier verbrauch ich irgendwie zu viel Munition, glaub ich. Ah, Pistole, jawohl. Oh, oh, oh. Okay, er ist wieder da. Dann kann's ja weitergehen. Oh, 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 oh. Schuss, 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 schuss. Ich wollte da gerade in Deckung gehen, aber da bin ich mitten in der Sonne. Oh, schon wieder ein Prime. Scheiße. Kinders, ihr steht mitten in der Sonne. Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Alter. So, Incinerate. Okay, ich halte mich mal ein bisschen zurück. So. Sehr gut. Das war gut, das war gut. Oh, 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 oh. Wieso hat der denn schon wieder diese Ammo-Power weggenommen? Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt aber. Die sollte eigentlich permanent drauf sein. Ich weiß nicht, warum er die immer entfernt. Was, wo? Was war das? Ein Rocket Trooper oder wie die Dinger heißen? Ach du Scheiße. Okay, komm. Und durch. Wunderbar. Nicht nur, dass die Kämpfe jetzt auch noch richtig schwer sind. Jetzt. Ah, jetzt, äh, kommt auch noch die Sonne dazu, die man meiden muss. Ah, Gott. Ja, macht's einem nicht einfach hier. So, nochmal 6000 Credits. Können wir demnächst nochmal auf Citadel einkaufen gehen. Okay. Okay, ähm, oh, oh, shit. Okay, alles klar. Ich fahr grad kurz orientierungslos. Aber müssen wir nicht irgendwo raus? Oh, Scheiße. Okay. Nimm dem da hinten erstmal die Schilder ab. Ich versuch's nochmal mit der schweren Artillerie hier. Oh. Den warte ich grad mal ab. Scheiße, es repariert sich. Ja, geil. Da hab ich jetzt ja mal ordentlich Munition verschwendet. Enemies! Over here. Get to cover. Squad Leader Kyle Rieger, Migrant Fleet Marines. Wir haben uns auf der Radio vor dem Dropchip gekommen. Ich habe noch nicht die Idee, warum du hier bist. Das ist nicht die Zeit, um zu beenden. Hallie ist in der Mitte. Geist hat die resten meiner Squad. Und sie versuchen zu erinnern. Best I've been able to do ist, um ihre Augen zu erinnern. Geist hat die Schilder, um ihn zu erinnern. Geist hat sie noch nicht in der Lage, um ihn zu erinnern. Die Schilderung ist verabschiedet. Auch die Geist werden die Geist brauchen Zeit für ihn zu erinnern. Und es ist schwer zu hacken, wenn jemand auf dich werfen. Die Geist sind nahe Platoon-Strengthen, aber die Kolossus ist die schlimmste Sache. Es hat ein Protokoll-Protokoll-Protokoll. Es schützt sich um, und schützt sich um. Ich kann nicht ein Clear Shot, während es so gut ist. Ich versuchte mich in näher, aber einer der Schilderung schützt die Schilderung durch meine Schilderung. Wie schlecht ist dein Schilderung? Die Schilderung schlägt sich um, um die Schilderung zu isolieren, und ich bin in Antibiotik. Die Geist wird mich verletzt, aber ich werde nicht sterben von einer Infection in der Mitte einer Sprechung. Das ist einfach schützend. Was kannst du mir sagen, um die Sprechung zu erzählen? Die Schilderung schlägt ein Schilderung mit einem Schilderung. Du kannst ein bisschen Schilderung aus dem Hintergrund, aber meine Schilderung schlägt es nach den Geist. Die Mittel hat eine Brüche, aber der Kolossus hat einen Clear Shot in dir. Und du hast ein Geist kommen in von beiden Seiten. Die Schilderung schlägt dir ein Brüche aus dem Kolossus, aber dein Schilderung ist für den Geist. Das ist wie ich schützt. Any ideas auf wie zu dealen mit dem Kolossus? Der Protokoll-Protokoll-Protokoll mit Armature-Class-Unit ist, um die Schilderung zu schützt und sie schützt, du kennst. So, kill it with bug bites. Aber der Protokoll-Protokoll-Protokoll-Protokoll-Protokoll-Protokoll-Protokoll-Protokoll-Protokoll-Protokoll-Protokoll-Protokoll-Protokoll. Du kannst es schützt, aber es schützt, und sich schützt, also schützt. So, was wir machen, muss das Schilderung schnell an. Das wahrscheinlich betrachten, um zu weit entfernen, vor dem Hintergrund. Wir müssen die Talleyne. Goten ideas? Just eine! Ich bin nicht so gut, aber ich kann noch ein Trigger. Und ich habe einen Schilderung-Brotokoll-Protokoll-Protokoll-Protokoll-Protokoll-Protokoll-Protokoll. Ich bin nicht so gut, dass sie ihre Schilderung nicht mehr schützt. Du hast genug, Rieger. Du musst nicht die Leben wegnehmen. Ich habe nicht gefragt, ob deine Verpflichtung. Mein Job ist zu halten, dass ich die Talley sicher bin. Das ist unser Fest? Wir haben nicht genug Leute auf dem Weg, um einen für die Team zu nehmen. Steig! Ich werde nicht da sein, während du in die Anwälte fangst. Und action! Oh shit. Oh shit. Ähm. Okay, wir müssen also irgendwie auf die andere Seite kommen. Und ich würde sagen... Oh shit. Ich würde gerne da oben lang. Aber da muss ich erstmal hinkommen. Okay, action. Brennen, Junge. Wow. Deckung. Alter, da bin ich fast draufgegangen. So, Schilder wieder aufladen. Ah. Okay. War hier noch einer? Deckung. Ah shit. Ein Destroyer. Scheiße, da habe ich nicht drauf geachtet. Ah. Fuck. Okay. Den werden wir los. Ja komm, lad auf. Jetzt. Aha, daneben geschossen. Ich treff nix. Was ist denn los hier? Meine Fressen. Okay. Und rennen. Sehr gut, sehr gut. Wir sind durch. Wir haben Schutz vor dem Kolossus. Oh man. Jetzt müssen wir ihn nur noch fertig machen. Ähm. Okay, pass auf. Ich nehme nochmal die schwere Waffe. Wir geben ihm alles, was wir haben. Wow. Boah. Alles klar. Sehr gut. War es das? Ich glaube, das war's. Ah, jetzt noch schwere Munition. Sehr gut. Gleich wieder auffüllen. Ah, es sind noch ein paar, aber ohne den Kolossus dürfte da nicht viel kommen. Okay, ich glaube, das war's. Hier sind noch mehr schwere Waffen. Moment. Moment. Ich sammle hier noch ein bisschen. Weil jetzt scheint ja nichts mehr zu kommen. Ja, hier bin ich natürlich komplett offen. Oder wäre ich komplett offen gewesen. Sagen wir es so rum. Und hier in der Mitte. Ja Gott, hier in der Mitte hätten wir eine gute Deckung gehabt. Aber auf der Brücke wären wir genauso offen gewesen. Und da ist noch irgendwo Refined Iridium. Ich habe mich angezeigt, aber ich sehe es gerade nicht. Hier. So, Munition ist voll. Also Abmarsch. Sehr gut. Das war doch mal ein guter Kampf. Dann hoffe ich mal, dass wir jetzt tatsächlich auch auf Tally treffen. Ach nein, ich wollte sprinten. Meine Güte. Ja. Wo? Da ist sie. Tally. Hi. Dann mach du mal deinen Download zu Ende. Na, ich glaube, ich muss sie ansprechen. Merci, Shepard. Danke. If not for you, I would never have made it out of this room. Um, this whole mission has been a disaster. I wish I'd joined you back on Freedom's Progress, but I couldn't let anyone take my place on something this risky. A lot of Quarrians lost their lives here. Was it worth it? I don't know, Shepard. It wasn't my call. The Admiralty Board believed the information here was worth sacrificing all our lives for. I have to believe that they know what's best. I didn't ask what some Admiral thought. I asked what you thought. A lot of people died here. Some of them were my friends. All of them were good at their jobs. That damn data better be worth it. The price was too high. What can you tell me about your research here? Haystrom's sun is destabilizing. Back when this was Aquarian colony, it was a normal star. It shouldn't change that quickly. Any idea what's destabilizing the sun? If I had to guess, I'd say that it was dark energy affecting the interior of the star. The effect is similar to when stars blow off mass to enter a red giant phase. But Haystrom's sun is far too young for this to be natural. Whatever the reason, I'm glad I could help. Once you deliver that data, I could use you on the Normandy. I promised to see this mission through. I did. I can leave with you and send the data to the fleet. And if the Admirals have a problem with it, they can go to hell. I just watched the rest of my team die. Maybe not the whole rest of your team, ma'am. Rieger, you made it. Your old captain's as good as you said. Damn Colossus never stood a chance. If need be, the Normandy can get you out of here, Rieger. The guests didn't damage our ship. As long as we get out of here before reinforcements show up, we'll be fine. Actually, I won't be going with you. I'm joining Commander Shepard. I'll pass the data to the Admiralty board and let them know what happened. She's all yours now, Shepard. Keep her safe. Das machen wir. Ja, geil. Neue Waffe. Tally rekrutiert. Wunderbar. Dann wollen wir gleich mal mit ihr quatschen. Mal gucken, was sie so noch zu erzählen hat. Vielleicht auf die guten alten Zeiten anstoßen. Wo wird sie wohl sich auf dem Schiff jetzt aufhalten? Weil sie war ja immer im Maschinenraum auf der alten Normandy. Ah, erstmal das. Alles klar. Ja. Cerberus sah footage of you in action, Tally Zora. Wir sind auf der Team. Ihr engineering-erhäte wird wirklich benötigt die Mission. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber Cerberus hat die Sicherheit der Migranten Fliege. Nicht so. Das ist warum Sie hier, Tally. Ich brauche Menschen, die nicht Cerberus. Menschen, die ich verweigte. Ich war nicht ein Teil von dem, was mit der Migranten Fliege. Aber ich verstehe Ihre Verweigte. Ich hoffe, wir werden über das als wir zusammenarbeiten. Ich erwarte, dass Sie unter der Cover waren, Shepard. Maybe even planning to blow Cerberus up. Wenn das so ist, ich lebe Ihnen eine Grenade. Otherwise, ich bin hier für Sie, nicht für sie. Wenn es hilft, check out die Normandy während Sie hier. Wir haben ein paar Upgrades. Ich werde Tally Zora die notwendige Sicherheit für die Sicherheit zu beherrenzieren. Wow. Der Kommentar. Ihr habt eine AI. Puh. Da hat er genau die Falsche angesprochen dafür. Na gut. Also. Ich wollte ja nochmal gucken, was wir hier an Research noch haben. Eventuell. Assault Rifle Damage. Squad Bonus plus 20%. 5000 Iridium. Raus damit. Nehme ich. So, was haben wir noch? Assault Rifle Penetration. Braucht 15.000 Iridium. Raus damit. Ich schieße zwar nicht mit Assault Rifles, aber andere tun das. Deswegen. Nehme ich das mal mit. Was haben wir denn noch? Da können wir alles noch nicht erforschen. Ship Enhancement. Das Mad Bay Upgrade. Ja. Will ich nicht. Prototypes. Heavy Muscle Weave. Melee Attack is now more powerful. Ist eigentlich Quatsch. Aber ich fürchte, dass ich das für andere Upgrades noch brauchen werde. Was kann ich denn noch? Cryo Round Technik? Avalanche. Ist das hier? The Cryo Blaster. Okay. Wüsste mal gern, wie das Ding funktioniert. Dann haben wir noch einen Missile Launcher. 5000 Iridium. Raus damit. So, was haben wir denn noch? Avalanche braucht 15.000 Iridium. Nehme ich. Deswegen brauche ich so viel Iridium. Aber was heißt so viel? Aber 25.000 Palladium. Ja, komm. Dann habe ich es auch erforscht. So, dann gucken wir noch mal, ob noch irgendwas Neues freigeschaltet wurde. Sieht nicht so aus. Ne. Alles klar. Alles erforscht, was wir haben. Und wir reden noch mal mit Mordin. Richtig. Richtig, 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 richtig. Die reden über nichts anderes, solange wir die Loyalty Mission nicht abgeschlossen haben. Die, die uns die Loyalty Mission schon gegeben haben. Die Loyalty haben wir schon abgeschlossen. Commander. Kann ich dir was helfen? Ich bin eher interessiert, in nur zu sprechen, für ein bisschen. Sieht gut. Ich könnte ein bisschen downtime nutzen. Es gibt immer etwas, was. Die Art, wie ein paar Leute sprechen, wir können auch schon wieder sein. Hard für die Crew zu relaxieren, auf dieses Kindes Job. Kein Witzig. Die nächste Normandie wird ein Lounge. Sie besser nicht mehr tun, das wiederholen. Rebuilding alles war ein Schmerz in die Arsch. Ich kann das verifizieren. Ja. Ich glaube, Sie können. Ich glaube, sie werden das Geld, um mich zurückzuholen, wenn wir es zusammenfassen. Es ist ein verdammter Job, nicht wahr, Shepard? Sie sind die guten Leute. Es wäre nicht die hohe Straße, wenn es einfach wäre. Du musst es vorstellen. Wenn alle die Leute, die hoffen, dass wir gewinnen, standen, die Kollektoren würden einen viel größeren Kampf auf ihren Händen. Klauen, was auch immer. Ich hoffe, wir haben viel mehr Freunde, wenn wir gewinnen. Ich hoffe, wir lieben, es sehen. Ich höre das. Insofern, ich brauche zurück zu arbeiten. Gut, mit dir zu reden. Okay, das hat zwar jetzt wahrscheinlich nicht so viel gebracht, aber wir haben ein bisschen fraternisiert mit der Mannschaft, wie man das so schön nennt. So, was sagt Kelly denn? Commander, you've received a new message at your private terminal. Ja, okay. Das können wir uns gerade mal anschauen. Transfer request approved. From Admiralty Board, Commander Shepard. Per Tali Zora was Niemann's request included with her data delivery from Haystrum. The Admiralty Board has approved her transfer to your command. She has been informed that additional duties to the migrant fleet may still be necessary on occasion, but has been given extended leeway to determine when her mission with you is considered complete. This choice was hers, but your role as de facto captain during her pilgrimage may have caused her to be more susceptible to your requests. The Admiralty Board trusts that you will treat your new crew member with the respect due an honored member of the fleet. Should any harm come to hurt you the negligence on your part, this board will take severe and appropriate action. Sehr schön. Okay, damit ist Tali offiziell Teil der Crew. I had a wonderful chat with your friend Tali. She's not what I expected from her psych report. I like her. Tali's a good friend. We've been through a lot together. My female intuition says she wants to be more than just good friends. What makes you say that? It's in her body language. How she turns to you when you enter the room. How she watches your every move. Chorians are so fascinating to me. But they also make me a little sad. Why do they make you sad? Their environment suits are so beautiful. But with their immune systems, they're trapped inside. I wonder what they look like under those helmets. Or what their skin feels like under those suits. Are you attracted to other species? Well, part of my job is predicting the motives and feelings of humans and aliens. Intimacy brings understanding. And passion is nice wherever you find it. Charakter matters, not race or gender. Anything else, Commander? Is there anything I should know? Nothing right now. Anything else, Commander? That'll be all. Ah, yeah. Interessant. So, dann gucken wir mal, wo sie jetzt rumhängt. Ich nehme mal an, dass die ganz unten sein wird. Genau, Tali Zora irgendwo. Ja, vermutlich sogar da bei dem Kern. Aber als erstes will ich nochmal ganz kurz... Jetzt. Ich nehme mal an.